Also man muss auf jeden Fall sagen, dieses Programm kommt sehr spät und für viele kommt es auch zu spät. Sicherlich wäre es besser gewesen, diese Entscheidung wäre 30, 40, 50 Jahre früher gewesen. Es sind ja mittlerweile auch viele Opfer gestorben. Erstens war es wichtig und ist es wichtig, dass Deutschland anerkannt hat, dass das NS-Regime damals Unrecht begangen hat und dass man das als Bevölkerung, als Staat zugibt und sagt, wir haben damals Unrecht getan und wir finden auch nicht im Nachhinein tausend Gründe und Ausreden, sondern wir sagen, es war Unrecht und es muss in irgendeiner Weise kompensiert werden und wir müssen zeigen, dass wir das als Unrecht definieren. Und zweitens, über die Entschädigung hinaus, dass Deutschland als Staat Konsequenzen für seine eigene Zukunft daraus zieht. Es war wichtig, dass sie nach Jahren eine Kompensation gegeben haben. Es war wichtig, aus dem materiellen Punkt und aus dem moralen Punkt. aus dem Labor herauszukommen. In der Zeit, wundervere ich mich hat schon, habe ich discerned, nicht sicherlich, dass alles in das Barrio gab und das war. Und ich war nicht, dass es immer noch nie zu sein ist. Was kann ich sagen, was wir haben, ist 0. Wir haben auch in Buchenwald und auch in Auschwitz gemacht, um alles zu schrauben, um alles zu machen und zu machen, ohne zu essen, ohne zu essen, ohne zu essen, ohne zu essen. Das war nur für uns. Was kann ich sagen, was wir haben? Was wir haben, ist kein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020